so freunde willkommen zum heutigen test heute ist eine kleine funke batterie dran und zwar testen heute die gold strobes nemm sind hier 128 gramm preislich liegt er hier bei 6 bis 8 euro je nachdem wo ihr bestellt millimeter würde ich behaupten 20 16 schuss sind das und ich würde mal sagen wir verlieren keine zeit und schauen uns mal diese kleine funke batterie an und was sie kann also freunde bis gleich draußen zur zündung jetzt kommen wir zur funke brokat gold batterie schönes teil für sich so empfehlung